Es gab im Land eine Menge weißer Musiker, die sich am Jazz versuchten. Manche waren wirklich talentiert, manche weniger, wie das so ist, aber alle auf jeden Fall die Guten wussten, dass die wirklich großen Jazzmusiker Schwachze waren. Und sie versuchten es ihnen gleich zu tun. Sie hörten Louis Armstrong, sie hörten Ethel Waters oder Bessie Smith, sie hörten Coleman Hawkins und sie sagten, wow, diese Typen wissen, wie man mit einem Instrument umgeht. Genau solche Musik will ich auch machen. Big Spiderbeck war der erste weiße Musiker, der zweifellos genial war. Und deshalb war er so wichtig für andere junge weiße Musiker, weil er für sie der Beweis war. Er beweist es doch, dass wir diese Musik auch spielen können. Es ist also auch für einen weißen Musiker möglich, einen eigenen, einen echten Beitrag zu leisten zum Jazz. Als sein großer Bruder aus dem Ersten Weltkrieg ein Grammophon und einen Haufen Schallplatten mitmachte, darunter auch Tiger Wreck von der Original Dixieland Jazz Band, war Bigs wie hypnotisiert. Er spielte diese Platte immer wieder. Dann lieh er sich von einem Nachbarn ein Kornett und begann, diese neue, raue Musik nachzuspielen. Es dauerte nicht lange und er hing am Fluss herum und hörte den Jazzbands auf den Dampfschiffen zu, die in Davenport vor Anker gingen. Am stärksten beeindruckt war er von Louis Armstrong, der sich damals gerade einen Namen machte. 1924 stieß Bigs zu einer Band, die sich Wolverines nannte. Sie spielten in Tanzschuppen und Clubs in Illinois, Indiana und Ohio. Gleich die ersten Platten, die Janet Records mit den Wolverines aufnahm, waren ein Erfolg. Und Bigs Beiderbeck war der Star. Mit einer ungewöhnlichen Fingertechnik entwickelte er einen ganz eigenen Stil auf dem Kornett, hell, klar und frisch. Der Beiderbeck-Sound, erinnert sich der Gitarrist Eddie Condon, war wie ein Mädchen, das Ja sagt. Ich habe mein Leben lang Musik gehört, aber ich habe nie etwas gehört, was man mit Bigs Beiderbecks Musik hätte vergleichen können. Zum ersten Mal wurde mir klar, dass Musik nicht gleich Musik ist. Manche spielen einfach so anders, dass ihre Musik zu einem völlig neuen Klanggefühl wird. Untertitelung des ZDF, 2020